Aus aller Herren Länder sind Sie nach Kitzbühel gebilgert, um beim 19. Kitzbüheler Golf Festival mit dabei zu sein und deshalb natürlich auch bei einem der ganz großen Höhepunkte, dem Golf des Streif. Wie das vonstatten geht und wie sich unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlagen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. 16 Flights a vier Personen, macht noch Adam Riese 64 Golferinnen und Golfer, die sich der Herausforderungsstreif am heutigen Tage stellen. Das hat im Zuge vom Golf Festival, das wir ja schon vor ungefähr 25 Jahren ins Leben gerufen haben, hat man ihm gesagt, was kann man machen, um dem Ganzen einen besonderen Touch zu geben, den berühmten Tupfen auf dem i und dann ist man auf den Gedanken oder auf die Idee gekommen, über die Streif runter Golf zu spielen. Und Streif ist einzigartig auf der Welt, das ist unvergleichlich und das Erlebnis, auf der Streif Golf zu spielen, ist fast so spannend wie die Abfahrt vom Hahn & Kamm Rennen. Ein Flight, auf den wir ganz besonders schauen, der Flight mit Julien Lizarou und Jean-Baptiste Grange, den beiden Franzosen, die ja bereits am Ganslernhang triumphiert haben und morgen hier ihre Gondeln überreicht bekommen. Wie oft hast du in Kitzbühel durch deine Karriere gezogen? Ja, viele, viele, viele. Ich denke, das ist der Ort, wo ich die größte Slalom in der World Cup in meiner Karriere geredet habe. Ich würde sagen, 17 oder 18 Mal, aber das erste Mal in der Sommerzeit. Ich habe viele Bilder gesehen, aber es ist viel besser als Leben. Wie faszinierend ist es für dich als Zuschauerin, dass man quasi den Golfsport und die Streif miteinander kombiniert? Golf der Streif ist eigentlich die perfekte Veranstaltung. Besser geht es nicht. Wir haben die legendäre Streif, das legendäre Stauthaus und dann einmal im Jahr darf man die Golfschläger benutzen, um runterzukommen. Und das ist schon richtig toll und spannend. Und von dem her freut es mich, dass wir nach sehr viel Arbeit von Signe Reich diese Arbeit auch übernehmen dürfen und hoffen, dass die Teilnehmer alle viel Spaß heute haben. 19. Kitzbüheler Golf Festival. Was wird diese Woche geboten? Ja, ein Highlight der Kitzbüheler Sommersaison, der Kitzbüheler Golf Saison. Fünf Hotels in Kitzbühel organisieren dieses Golf Festival schon seit Jahren. Eine tolle Veranstaltung mit vielen Gästen aus dem Ausland, die sich hier wohlfühlen, die hier die wunderbaren Golfplätze genießen. Wir haben elf Turniere plus das Golf des Streif heuer. Einfach ein einzigartiges Erlebnis. Und das Wetter spielt mit und wir haben zufriedene Gäste und Golf und Kulinarik, ein Traum einfach. Wenn du siehst, wir auf deinen Weg gekannt haben. Kommt wieder auf den Zug rum. Vielen Dank.